Ja, ein herzliches Hallöchen und Willkommen zu Folge 2 von meinem neuen Display, von meinem Point-and-Click-Adventure, The Secret of Monkey Island, Special Edition, ihr Lieben. So, ich habe in der letzten Folge mit den Piraten hier geredet. Oh, ich habe drei Prüfungen zu bestehen, Leute! So, ich muss nämlich Fechten, Diebstahl machen und Stadt suchen. Dann sollen mir die über die Fechterei mehr erzählen. Zuerst brauchst du ein Schwert, dann musst du den Schwertmeister finden und besiegen. Jemand in der Stadt wird dir den Weg zeigen können. Oh, du solltest vielleicht vorher mit jemandem trainieren. Super. Stell dir vor, ohne Training gegen den Schwertmeister anzutreten. Hahahaha. Super. Hahahaha. Wahnsinn. Erzähl mir mehr über die Kunst des Diebstahls. Wir hätten gerne, dass Dro uns eine Kleinigkeit beschafft. Das Idol der vielen Hände. Das ist im Sitz des Gouverneurs irgendwas. Die Gouverneurin hat das Idol der vielen Hände in einem Schaukasten in ihrem Ladsitz. Das habe ich nicht gelesen vorher. Natürlich musst du zuerst an den Wachen vorbei. Hahahaha. Am kniffigsten ist es wohl, die Hunde draußen zu überlisten. Die sind ziemlich bissig. Oh Gott. Vielleicht kannst du sie irgendwie betäuben. Ah, Leute, Hilfe! Erzähl mir mehr über die Schatzsuche. Da bin ich auch gespannt. Die Legenden sagen, dass ein Schatz auf dieser Insel vergraben ist. Du musst lediglich den verlorenen Schatz von Millie Island finden und hierher bringen. Natürlich. Brauche ich dazu eine Karte oder sowas? Ja. Du wirst doch wohl nicht annehmen, den Schatz einfach so zu finden. Und nicht vergessen, ein X markiert die Stelle. No. Leute. Ah. Was ist überhaupt in diesem Grog drin? Unser Grog ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Hä? Kerosin. Kerosin. Propylenglycol. Künstliche Süßstoffe. Schwerfelsäure. Rum. Aceton. Rote Farbe. Scum. Schwerfett. Batteriesäure. Das ist sicher was. Und oder Peperonis. Wie man sich denken kann, ist das eine der ärztlichsten Substanzen der Menschheit. Oh Gott, Leute. Dieses Zeug frisst sich sogar durch diese Krüge und der Koch verliert ein Vermögen. Ja, Leute. Weil er immer wieder Krüge bestellen muss, logischerweise. Ihr seid übel riechende, groggurgelnde Schweine. Passt auf. Passt auf, Leute. Um ein echter Pirat zu werden, muss man ein übel riechendes, groggurgelnde Schwein sein. Ha, Leute. Ach du Kacke. Ich geh da mal wieder. Ach, Leute. Lass uns mit unserem Grog allein. Schau später noch mal rein und erzähl uns wie's läuft. Na gut. So, da ist der Koch, Leute. Geh zum Kamin, Leute. Okay, die Steuerung. Gemütlich. Ja, gemütlich. Ich kann, also wie gesagt, muss ich mich an die Steuerung noch gewöhnen, Leute. Schluck von meinem Kaffee nehmen hier. Ich öffne mal die Tür. Mal schauen, was da drin ist. Oh Gott. Du darfst halt nicht rein. Super. Ähm, okay. Kann man da irgendwas machen? Den Sessel nehmen oder so? Ja, wie geht jetzt deine Prüfung ein? Ja, ich weiß, gar nicht gut. War das nochmal vielleicht eine Schatzsuche? Ich geh da mal wieder. Ja, klar. Ja. Ja. Ja, lass ich euch. So, Leute. Ich geh mal zu Vorhang. Ach du Kacke, Leute. So habe ich irgendwo. Spiel. Ah, Spiel speichern, Leute. Schaut mal. Platz eins und zwei. Drei, vier. Da kann man viel speichern, Leute. Natürlich werde ich meins auf einspeichern. Ähm. 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 Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Äh. Ja. Spiel fortsetzen. Ähm. Ja. Gehen wir mal zur Tür raus. Ich glaube, da fehlt nicht nix mehr. Oh. Oh. Tief unter Monkey Island liegt das Schiff des Geisterpiraten Lichak in einem Fluss aus Lava vor Anken. Oh Gott. Ha. Ja, Leute. Captain Lichak. Ich. Was? Haha. Was ist das? Leute. Es geht doch nichts über den heißen Höllenwind, der einem hier unten durchs Haar weht. Oh mein Gott. N-Nein, Captain. Äh. Es gibt nichts Schöneres. Hä. Hä. Leute. Ich. An einem Tag wie heute ist man doch richtig froh, tot zu sein. Hä. Oh. Oh ja, Captain. Froh, tot zu sein. Oh Gott. Haha. Du bist doch froh, tot zu sein. Oder? Hä, Leute. Äh. Oh ja, Captain. Ich bin so froh, dass Sie gerade mein Schiff gekappert haben, mich und alle meine Leute ermordet haben. Haha. Äh. Ja, Captain. Äh. So froh. Freut mich zu hören. Nun, weswegen hast du mich gestört? Äh. 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 Ohne Erfahrung. Wahrscheinlich muss man sich keine Sorgen machen. Äh. 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 ferm. So. Äh. Yani. Bei links. Ich sehe nichts Besonderes, okay. Gut, da kann man ja gar nichts machen, Leute, oder? Nö. Also da kann ich jetzt nirgends hingehen oder so. Ah nö, ich muss raus hier. So, dann gehen wir mal weiter. Okay, gehen wir da hin, Leute. Da ist sicher auch jetzt irgendwas neu. Schaut mal, untersuchen. Wie ich verstehe, wieso Lichak so scharf auf sie war. Welche Frau? Leute, ich hab keine Ahnung. Ach Gott. Jetzt kann ich ja wieder da rauf gehen, weil da war ich eigentlich noch gar nicht, ihr Lieben. So, da haben wir den. Soll ich den jetzt noch einmal anreden? Hör zu, ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich rede später mit dir. Okay, tschüss. Ah, du Vogel. Was untersuche ich da eigentlich? Ah, okay. Ah, Leute. Da ist gar nichts. Da ist eine Lichtung. Da sind Lichter. Haus. Und was ist das? Insel. Und da bin ich, Leute. Okay, das ist das Dorf. Aussichtspunkt Guybrush. Das bin ich. Lichtung. Hey, schau noch mal. Was ist das für eine Lichtung, Leute? Da gehe ich mal hin. Ah, Leute. Hallo. Äh, okay. Gehen wir weiter mal. Also, Leute. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das habe ich schon einmal erwähnt. Keine Ahnung, wie es da ist. Weiter geht, was da ist. Ich muss mich erst umschauen. Untersuche Zirkuszelt. Da drinnen scheint etwas los zu sein. Ja, dann gehe ich rein. Leute. Servus. Ich würde da hineingehen, aber die Schießpulfe muss ich niesen. Und ich habe mir letzte Woche bei der Löwen-Nummer die Hand verletzt. Ich glaube nicht, dass der Kratzer so viel wiegt wie meine Allergie. Du Betrüger, hast gar keine Allergie. Los, auf in die Kanone. Oh Gott. Nein, du gehst in die Kanone. Lass mich rein. Nein, du gehst in die Kanone. Oh Gott. Feuchling. Angsthase. Maschlappen. Ah, Leute. Mähmäh. Blutsauger. Was geht jetzt so weiter die ganze Zeit? Ahem. Sag mal, Junge, wie gefiel dir die Chance? Die Einmal-im-Leben-Chance. Ein irrsinniges Kunststück vorzuführen. Ja. Ein todmundiges Kunststück. Nun, nicht richtig todesmutig. Ein gefährliches Kunststück. Nein, nicht wirklich gefährlich. Ah, Leute. Ein einfaches Kunststück. Aber aufregend. Mit den unglaublichen. Fage mutigen, apropatischen. Und überall wohlbekannten, fantastischen, fliegenden Fettuccini-Brothers. Das sind wir. Mein Bruder Alfredo. Und mein Bruder Bill. Na, ist das was? Ja, das ist was. Es ist ganz einfach, wirklich. Siehst du die Kanone hier? Ähm. Alles, was du tun musst, steige in die Kanone. Oh Gott. Ah, Leute. Und wir schießen dich heraus. Quer durch das Zelt. Alles sehr sicher, natürlich. Also, was sagst du dazu? Ach, Leute. Ihr redet mir zu schnell und zu viel. Leute, da kriege ich Kopfschmerzen. Wie viel zahlt ihr denn? Hey, Leute. Wie wäre es mit 4 oder 78 Goldstecken? Keine Ahnung, wie viel das ist. Auf keinen Fall. Ah, okay. Das muss ich dann wohl machen. Hey, Leute. Ah, die reden so schnell. Blutsauger, ausbeutern. Es geht schon wieder los. Gibt es hier zufällig eine Toilette? Hä? Bereit für die menschliche Kanonenkugel? Wie viel zahlt ihr denn? 478 Goldstücken. War das vorher schon so? Ja, ich glaube schon. Auf keinen Fall. Also, die wollen das unbedingt machen mit mir, Leute. Aber soll ich mich in die Kanonenkugel begeben oder nicht? Das ist nur die Frage, ne? Ähm. Keine Ahnung. Ja, machen wir es einfach. Weasel. Weasel. Leute, ich verkaufe diesen tollen... Ich verkaufe diesen tollen Edelrede-Jacken. Jedes Mal. Ach, Leute. Nö. Wie viel zahlt ihr denn? 478 was vorher. Ja, bleibt gleich. Ja, nö, danke. Auf keinen Fall. Äh, ich mach's eh, aber... Soll ich's jetzt schon machen oder soll ich mal weitermarschieren? Vielleicht krieg ich ja was Besonderes. Leute, ich mach's. Weasel. Weasel. Hahaha. Misskreant. Äh. Nerduel. Könnte ich wohl ein Trampolin leihen? Schau doch mal. Hallo again. Die lassen sich nicht abbringen von dem, was sie mit mir vorhaben. Was? Wie viel zahlt ihr denn? Wie viel zahlt ihr denn? Ja, mach mal. Gut. Okay, das klingt gut. Okay, das klingt gut. Hast du einen Helm? Natürlich hab ich einen Helm. Für was für einen Idioten haltet ihr mich? Äh, nein, wieso brauch ich einen? Ja, genau. Äh, nein, ich hab keinen Helm. Ja. Will ich einen? Keinen Helm? Keinen Helm? Oh, du brauchst aber einen Helm. Hey, Leute. Die menschliche Kanonekugel trägt immer einen Helm. Auf jeden Fall. Besorgt einen Helm, dann machen wir den Trick. Okay. Leute, gut. Jo, dann brauch ich eh einen Helm. Ähm, jo. Dann brauch ich ja eh einen Helm, Leute. Aber warum kriege ich den Helm her? Untersuche Pfad. Und ja, ich bin wieder da draußen. Ich sehe nichts Besonderes. Dann gehe zum Pfad. Gut. Dann gehe ich ja mal weiter da hin. Was ist das jetzt? Komme ich ja gar nicht hin, Leute. Was ist das? Komme ich da eigentlich hin? Nö, da komme ich gar nicht hin. Da ist gar kein Weg eingezeichnet, Leute. Schaut einmal. Was sind wir da? Insel. Da haben wir Lichter. Und ein Haus. Und ein Haus. Ich schätze mal, da ist die Gouverneurin zu Hause, Leute. In dem Haus. Gehe ich einmal auf die Insel aber da rauf. Was ist das? Was ist das? Die Landkarte. Haha, super. Hook Island. Restrooms. Souvenirs. Ein wenig zu protzig für meinen Geschmack. Okay. Schaut irgendwie aus wie Las Vegas. Also, wir sind in Las Vegas, Leute. Ähm. Gehen wir mal da hin, Leute. Schaut einmal. Pfahl. Das ist ein Pfahl, Leute. Sieht so aus wie der auf der anderen Seite. Okay. Da muss ich sicher was machen. Schaut einmal. Ich kletter da hoch. Sieht aus, als könnte er jetzt mein Gewicht tragen. Äh. Ja, dann mach ich das mal. Okay. Geht gar nicht. Hm. Ich denke, er könnte mein Gewicht unterstützen. Ähm. Könnte ich ja gar nicht machen, Leute. Ich gehe zu Kabel. Der macht nichts, wenn ich da hintere gehe. Gut. Dann gehe ich wieder einmal runter. Vielleicht muss ich da irgendwas machen, dass ich da rauf kann. Ja. Also, ich kann momentan da nichts machen, wie es ausschaut. Gehe zu Kabel. Hm. Hm. Sieht aus, als könnte es mein Gewicht tragen. Sagt er ja. Gehen wir mal noch einmal rauf. Probieren wir es noch einmal, Leute. So. Die Folge ist aber auch gleich wieder aus. Okay, da macht er nichts. Okay. Okay, da tut sich momentan nichts, Leute. Gut. Na, dann schauen wir mal. Gehe zu Pfad. Ja, dann bin ich hier falsch. Oh, Leute. Ich gehe mal zu den Lichtern hier. Was ist mit den Lichtern los? Gibt eh nicht viele Möglichkeiten hier. Noch nicht. Ah. Ich brauche auf jeden Fall einen Helm, Leute. Wichtig. So. Dann gehen wir mal zu den Lichtern. Oh mein Gott. Ein Troll. No, Hilfe. Rede mit. Niemand darf vorbei. Servus. Stopp. Du musst wegzollt sein. Zur Seite, Troll. Ich bin ein mächtiger Pirat. Oh Gott. Ach bitte. Könnten Sie mich wohl vorbeilassen? Oder hinter dir eine Maus. Wie viel kostet der Spaß? Kein Problem. Ich nehme dann die Abkürzung. Hinter dir eine Maus. Hahahaha. Ah. Da falle ich nicht rein. Hau ab, du schleimige Sehschnücke. Hahaha. Äh, kann ich... Du kannst nicht vorbei ohne Wegzoll zu sein. Was willst du denn haben? Wahrscheinlich Fleisch oder so. Ach bitte. Könnten Sie mich wohl vorbeilassen? Bitte. Bitte. Kann ich nicht passen? Pusche, du klingst wie ein Weichling. Ich hasse Weichlinge. Äh. Warte mal. Ich schau mal, was da noch möglich ist bei dem. Okay, Leute. Wie viel kostet der Spaß? Und was hast du denn? Nichts weltbewegendes. Leg dich nicht mit einem großen Brafen an so ein Päck. Ich muss jetzt gehen. Nichts weltbewegendes. Ich will etwas, was richtig aussieht, aber zu nichts nütze ist. Haha. Aha. Karo-Must. Bermuda-Shorts mit Karo-Muster. Eine Affenleine mit drei Halsbeinen. Ein Grummihuhn mit Karabinerhaken. Mein altes, abgeriffenes Erbfolge-Zepter. Dann werden wir... Bermuda-Shorts mit Karo-Muster. Hier, schaut mal. Construction Paper Jockey-Shorts. Bist du doch blöder, als du aussiehst? Du hast drei Chancen, mir etwas Passendes zu geben. Danach. Ha, Leute. Fresse ich dich auf. Leute. Ich sollte mal speichern. Vielleicht ist das wichtig, dass ich speichere, Leute. Nicht, dass ich da irgendwas verhaue, Leute. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß. Wie viel kostet nochmal der Zoll? Er will, was wichtig aussieht, aber nichts zu nichts nütze ist. Das ist auch gut, Leute. Ha, so. Warte, 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 warte. Zur Seite, Troll. Ich bin ein mächtiger Pirat. Steine Seite, Troll. Ich bin ein mächtiger Pirat. Du bist kein Pirat. Selbst der Dorftrottel könnte dich noch im Beleidigen schlagen. Oh, Gott. Und würde es wahrscheinlich auch tun. Steckst dir wo sonst wohin, du übergroße, fette Marde. Das werde ich ausprobieren. Gehen. Bis dann. Ich beleidigen. Ach ja, genau. Ach ja. Wenn das alles ist, was dir einfällt, könntest du Nachhilfe gebrauchen. Dann machen wir Nachhilfe. Ich will ihn auf jeden Fall herausfordern, Leute. So, ihr Lieben, aber die Folge ist vorbei. Die, ähm. Okay, die Abkürzung. Da mache ich die Abkürzung, Leute. Keine Ahnung. So, ähm. Ich gehe dann zum Pfad auf jeden Fall. Aber in der nächsten Folge. Also bleibt dran. Sei wieder dabei in Folge 3. Das reibt sich so schön, Leute. Okay, Mova. Bis zum nächsten Mal. Euer Horsty. Ciao.